Die Messe ist jetzt für verstorben Eltern, alle zum Verlösen anbieten und bitte scheinbar. Die Messe ist jetzt für verstorben. 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 Jesus lebt. Jesus lebt. Halleluja. 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 Jesus lebt. Halleluja. 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 der Menschen Schuld und schenkst uns über Deiche Gold, denn Du allein bist heilig Herr, Dir sei, o höchster Lob und Ehre, Dich mit Gott Vater und Gott Geist, die ganze Schöpfung ewig reist. Und so lasst uns beten, barmherziger Gott, durch die jährliche Osterfeier erneuerst Du den Glauben Deines Volkes. Lass uns immer tiefer erkennen, wie heilig das Bad der Taufe ist, das uns gereinigt hat, wie mächtig Dein Geist, aus dem wir wiedergeboren sind und wie kostbar das Blut, durch das wir erkauft sind. Darum bitten wir, durch Jesus Christus, Deinem Sohn, unseren Herrn und Gott, der Leinheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte Die Gläubigen hielten an der Lehre der Apostel fest und an der Gemeinschaft, am Brechen des Brotes und an den Gebeten. Alle wurden von Furcht ergriffen und durch die Apostelgeschichte schahen viele Wunder und Zeichen. Und alle, die glaubten, waren an demselben Ort und hatten alles gemeinsam. Sie verkauften habend gut und teilten davon allem zu, jedem so viel, wie er nötig hatte. Tag für Tag verharrten sie einmütig im Tempel, brachten in ihren Häusern das Brot und hielten miteinander mal in Freude und Lauterkeit des Herzens. Sie lobten Gott und fanden Kunst beim ganzen Volk und daher fügte täglich ihre Gemeinschaft die hinzu, die gerettet werden sollten. Wort des lebendigen Gottes. Amen. So, zu einem Antort singen wir die Nummer 643. Jubelt dem Herrn alle Lande, Halleluja, preist unseren Gott. Jubelt dem Herrn alle Lande, Halleluja, preist unseren Gott. So soll Israel sagen, denn seine Wund wird ewig. So soll es sagen, wie den Herrn füllen, denn seine Wund wird ewig. Jubelt dem Herrn alle Lande, Halleluja, preist unseren Gott. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zur Rettung geworden. Schall von Mut und Rettung in den Zeiten der Berechnung. Die Rechte des Herrn, Taten der Macht, vollbringt sie. Juhelt dem Herrn alle Lande, Halleluja, preist unseren Gott. Ein Stein, den die Bauleute verwarfen, er ist zum Eckstein geworden. Von Herrn her ist es gewirkt, ein Wunder in unseren Augen. Jubelt dem Herrn alle Lande, Halleluja, preist unseren Gott. Dies ist der Pfad, den der Herr gemacht hat. Wir wollen jubeln und uns über ihn freuen. Mein Gott bist du, dir will ich danken. Mein Gott bist du, dich will ich erlernen. Jubelt dem Herrn alle Lande, Halleluja, preist unseren Gott. Jubelt dem Herrn alle Lande, Halleluja, preist unseren Gott. Jesus Christus, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmung neu gezeugt, zu einer lebendigen Hoffnung, durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unzerstörbaren, matrilosen, unvergängigen Erbe, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Kraft behüte euch durch den Glauben, damit ihr die Rettung erlangt, der am Ende der Zeit offenbar werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, wenn es euch für kurze Zeit erzählen muss, dass ihr durch mancher Erprüfungen bedrückt werdet. Dann solltet ihr euch für eure Standwesendigkeit glauben, die Prostbarkeit ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde, und doch vergängiger ist herausstellen, zu Lob, Herrlichkeit und Ehre, bei der offenbaren Jesu Christi. Aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unaussprechlicher und von Herrlichkeit erfüllter Freude, da ihr das Ziel eures Glaubens empfangen werdet, eure Rettung. Wollt ihr das Leben in Gottes? Amen. Weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du? Seelig sind die Nichts, sieh' und doch glauben. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja. 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 den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen wer sie behaltet, sind sie behalten. Thomas, der Didymus genannt wurde und einer der Zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er war entgegnet er ihnen, wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich nicht meinen Fingern in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Acht Tage darauf waren seine Jünger wieder drin und versammelt und Thomas war dabei. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, steig deinen Finger hierher aus und sieh meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, weil du mich gesehen hast, glaubst du, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Doch viele andere Zeiten hat Jesus vor den Augen seiner Jünger getan, doch in diesem Buch nicht alle aufgeschrieben. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes und damit ihr durch den Namen, durch den Glauben, Leben habt in seinem Namen. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Loblos sei dir, Christus. Liebe Gemeinde, Schwestern und Brüder im Herrn, heute ist ein ganz besonderer Tag. Für mich einmal weiß, denn der heutige Tag beschäftigt sich auch mit meinem Namenspatron und schon seit ich ein kleines Kind war, Ministrant, also das war eigentlich einer der wichtigsten Tage für mich im Jahr. Zuerst hat mich noch gerissen, aber dann habe ich mich schon gewusst, eine Woche nach Ostern, da ist dieses ganz besondere Evangelium, das mich durch mein ganzes Leben jetzt schon begleitet. Und es ist eben auch zu meinem Lebensspruch als Priester geworden, dass dieser Thomas, dem Jesus antwortet, mein Herr und mein Gott. Ein unglaublich beeindruckendes, ein befreiendes Zeugnis, das dieser Apostel uns gibt. Er ist einfach ehrlich und mit Begeisterung bekennt er sich zu Jesus, als er ihn eben in seiner Gegenwart erlebt. Und ich denke, da können wir uns durchaus auch ein Stück was von ihm abschneiden. Nicht, dass wir von ihm sagen, ach, das ist einfach der Ungläubige, der war dumm, der hat das nicht verstanden. Nein, er war einfach ehrlich. Und so ein bisschen Ehrlichkeit, Wahrhaftigkeit, das können wir in dieser Welt durchaus brauchen. Ich finde es ganz spannend, dass es also auch der Sonntag der Barmherzigkeit ist, der göttliche Barmherzigkeit ist, wie dieser Sonntag seit dem Jahr 2000 heißt. Also, dass sich an diesem Sonntag eben dieses Evangelium besonders uns nahe bringt, ja, Jesus kommt als Auferstandener, damit wir eben nur ganz sicher sein können, dass wir uns nicht vor Tod und, ja, vor gar nichts fürchten müssen. Dass wir gläubig sein dürfen und können, auch wenn wir kritisch sind, dafür ist er eben vielleicht ganz besonders eben auch dem Thomas erschienen. nicht irgendwann, sondern wir haben ja gehört, also er ist seinen Jüngern eben schon begegnet, der Thomas war nicht da. Es war schon eine große Erfahrung, er sagt, wir sind im Frieden, sei mit euch, ja, auf einmal wissen sie, ja, er ist wieder in unserer Mitte, sie bin nicht davon leidenschaftlich, aber der Thomas, der sagt, ich kann mir das nicht vorstellen, ich tue mir schwer damit. Ich finde, das täte uns ganz gut, weil wir manchmal auch miteinander ins Gespräch kommen, auch immer Dinge, wo wir sagen, damit tue ich mir schwer. Wieso lässt der liebe Gott so viel Ungerechtigkeit zu? Warum gibt es Krieg? Warum gibt es Wetterkatastrophen? Warum gibt es Tod und Leid? Das sind schon so Dinge, wo ich sagen muss, also, da bin ich bis heute auch manchmal am Riesen, wo sich der liebe Gott dabei denkt, wie er dann für sich in Anspruch nehmen kann, lieb zu sein und solche Grauslichkeiten in der Welt gibt. Ich werde ihn aber ganz genau fragen, denn dieses Zuversicht habe ich, dass ich diese Chance bekomme, am Ende der Zeiten einmal genau nachzufragen. Da wird sich eine lange Schau unterbebilden, weil, also, das will ich dann schon genau wissen. So wie mein Namenspatron, der Thomas, eben auch das genau erfassen wollte. Und vielleicht ist er besonders in einer Zeit, wo wir erleben, das sind wie so erfundene Wahrheiten immer mehr, die in die Wunde machen, über das Internet und wo es jetzt künstliche Intelligenz gibt, die auch irgendwelche Dinge erfinden kann. Also da brauchen wir das vielleicht neu, dass wir die Dinge auch, die wir da so hören und lesen, kritisch hinterfragen. Vielleicht nicht dem erstbesten Nachlaufen, der irgendeine Verschwörungsidee weitergibt, sondern halt auf den Boden stehen. Der Thomas sagt ja nicht, also ich möchte das jetzt irgendwie, ich möchte Fotos haben oder ich möchte irgendwie fünf Zeugen haben. Nein, er sagt, ich will das selber ordentlich erleben, erforschen können geradezu. Deswegen ist vielleicht der heutige Sonntag auch die Ermutigung, also wenn man sich bei Sachen unsicher ist, dann macht es schon Sinn, auf die Wissenschaft zu hören. Auf das, was man eben messen kann, was man nachvollziehen kann, wo man irgendwie gut sehen kann, was hat er, der da wisst und tut, das hat er auch für eine Intention gehabt dabei. Dann würden wir uns wahrscheinlich in mancherlei Dinge leichter tun, als nur Dingen zu folgen, wo man uns denke, ich habe das Gefühl, dass etwas so und so ist. Vielleicht reicht das manchmal nicht aus, vielleicht braucht man eben das Handfeste. Deswegen ist auch dem letzten Liebsten so besonders wichtig, dass die Priester ordentlich studieren, bevor sie den Leuten von Gott erzählen. Dass das eben auch eine gute Basis hat, einen guten Grund hat, dass ich nicht einfach irgendwas erzähle, sondern dass ich mich ausreichend damit auseinandergesetzt habe, auch gesehen habe, wo sind die Grundlagen, wo kommen die Texte her, was können wir alles über Gott erfahren und sagen. Das ist wichtig, damit das nicht einfach so ein Windhauch ist, wie doch immer wieder die Sorge sein muss. Und so ist der heutige Sonntag einer, wo wir mit Freude sein dürfen. Damals hat der Thomas mitgekriegt, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und er hat ja nicht geschimpft, weil er hätte sagen können, also Friede mit euch, aber Thomas, also jetzt gucken wir mal her, jetzt zähle ich dir mal ordentlich ein Ohr waschen, wie kannst du das nicht glauben, dass ich auferstanden bin. Sagt er nicht. Sondern er sagt, pass auf Thomas, du hast gesagt, du brauchst es, hier sind meine Hände, greif an, fühl an. Hier ist die Seite, wo die Lanze drin gesteckt ist, greif an und glaube. Er wünscht sich für ihn, dass er aus dem Glauben leben kann. Ich denke, das sollten wir uns für uns alle wünschen, dass wir aus dem Glauben leben können und dass uns eben dieses Anhalten an dieser besonderen Botschaft eben dann auch wirklich hilft. Und er sagt eben dann auch, also es wird dann eben auch geschrieben, dass der Thomas gar nicht mehr ihn anfassen muss, sondern er sagt sofort, mein Herr und mein Gott. Er spürt schon seine Gegenwart. Das reicht ihm aus. Er lebt ihn und er weiß sofort, das ist nicht einfach eine Einbildung. Nein, das ist tatsächlich Jesus da auferstanden. Das finde ich, das ist eine wunderbare Botschaft. Deswegen bekennt er sich eben mit Freimut, mit Begeisterung zu ihm. Und es wird uns auch erzählt, dass er in seinem ganzen weiteren Leben eben ganz vielen Menschen diese Erfahrung weitererzählt hat. Die Erfahrung, dass Gott ein Gott des Lebens ist, einer, der uns Mut machen möchte, der uns Liebe und Begeisterung schenkt. Wir hören, dass in der ersten Zeit, in der ersten Lesung jetzt gehört, weil jetzt hören wir eben in der Osterzeit ganz oft aus der Apostelgeschichte, was ist dann draus geworden? Zuerst waren die Apostel noch ängstlich und unsicher, haben diese Botschaft gar nicht richtig fassen können. Aber nach der Himmelfahrt, nach dem Kommen des Heiligen Geistes, da haben sie halt nochmal aus Kraft und Begeisterung miteinander gelebt. Heute haben wir schon gehört, gleich am Anfang sagt der Jesus, ich hau euch diesen Heiligen Geist ein, damit ihr das verstehen und packen könntest, damit ihr das weitererzählen könnt. Unsere Firmenlinge werden das auch zum Fixen, die das so zusagen können, dieser Heilige Geist, der soll nicht ganz erfüllen, soll dir helfen, das gut hinzukriegen, als begeisterter Christ zu leben. Und schließlich sind die Apostel auch in die Welt hinausgegangen. Zuerst waren sie noch zusammen in Jerusalem, sie haben alles geteilt, sie waren jeden Tag im Tempel, es war ein gutes Miteinander, da sind immer wieder mehr getauft worden, aber jetzt ging es darum, es in die Welt hinauszutragen. Und so ist eben Thomas auch, so wie erzählt, nach Indien gegangen und hat dort die frohe Botschaft verkündet. Und viele Christen berufen sich bis heute auf sein besonderes Zeugnis. Und manche von denen, die dann dort auch Priester werden, kommen wieder zu uns zurück, so schließt sich irgendwie dieser Kreis, sie kommen auch nach Europa. Die Botschaft des Thomas, sie hat sich auf der ganzen Welt verteilt, dass man käubig, nicht unkäubig, voll Begeisterung sein soll. Und vielleicht schaffen wir das den nächsten Tag ja auch, mal im Gebet dem lieben Gott auch unsere Begeisterung zu sagen. Zu ihm zu rufen, mein Herr und mein Gott. Amen. Drücken wir gemeinsam unsere Begeisterung für Gott aus, indem wir miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seiner Garten, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, geschraubt und bekam, in der Hand gestiegen in das Reich des Todes, anblicken Tag darauf verstanden von den Toten, aufgefangenen Jüngern, er sind zu rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Leber und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige Katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Die Liebe Gottes zu uns ist grenzenlos. Ihm vertrauen wir unser Leben an und beten ihm. Lasst alle Menschen, die dich suchen und nach dem Sinne des Lebens fragen, in deiner Barmherzigkeit eine Antwort finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Heile die Verletzungen derer, die unter der Härte und Unbarmherzigkeit ihrer Mitmenschen leiden und lasse in dir neues Leben finden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Begegne allen, die unbarmherzig mit sich und ihrer Umgebung sind, mit deiner Barmherzigkeit, damit sie von ihren falschen Wegen umkehren und zu dir zurückfinden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Hilf der Kirche, deinen Lieben und Barmherzigkeit allen Menschen zu verkünden und Frieden zu stiften, wo Menschen und Völker unversöhnt sind. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Lass die Sterbenden deine Liebe spüren und erfülle unsere Verstorbenen mit deinem österlichen Frieden. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Herr, unser Gott, wir danken dir für deine unendliche große Barmherzigkeit. Wir vertrauen dir all unsere Bitten, Sorgen und Hoffnungen an, der du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben die Leitung, die Nummer 837, die dritte und vierte Stufe. Halleluja, Oster Segen, kommt herab wie die Morgen. Halleluja, Oster Segen, kommt herab wie die Morgen. Dich in jedes Herz zu legen, lass ich's vor nach oben schau. Alleluja, Oster Segen, kommt herab wie die Morgen. 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 Alleluja, kommt herab wie die Morgen. Halleluja, Oster Segen, kommt herab wie die Morgen. Alleluja, Oster Segen, kommt herab wie die Morgen. Gott, du hast deinem Volk durch das Bekenntnis des Glaubens und den Empfang der Taufe neues Leben geschenkt. Nimm die Gaben deiner Gläubigen gnädig an und lass uns in dir Seligkeit ein ewiges Leben finden. Darum bitten wir durch Christus, unser Herr. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geisten. Erhebe die Herzen. Wir erheben sie bei dem Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, ihr Vater immer überein zu danken, diese Tage aber aufs Höchste zu feiern. Da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinweg nimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt in diesen Tagen der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum kreisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Ruh deiner Herrlichkeit. Heilig bist du, o großer Gott. Heilig bist du, o Gottesheuer Gott. Weil über alle nigmaren heilt, neust altogether heilt eine heilt die auch frei ist. der kommt im Namen unseres Herrn, der sei gepriesen nah und fern. O sonder Lob und Ehrung tun, sei Gott in Sie und Heiligtum. Ja, du bist heilig großer Gott und alle deine Werke verkünden dein Tod. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor deinem Angesicht und feinen Gemeinschaft mit der Kirche auf der ganzen Erde das hochfeste Auferstehen unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, Allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leid und Blut eines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da verraten wurde, nahm er das Brot und sagte dein, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esset alle davon. Das ist mein Reib, der für euch hingegeben wird. Ebenso, nahm er nach dem Mal den Kelch, steigte wiederum, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deine Mutter, Herr, kündig mir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in der Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, dein wie das Gedächtnis deines Sohnes. Der verkündet sein Heilbringendes Leib, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwartet seine Wiederkunft. So bringen wir dir die Glaubensdank, dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärk uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er macht uns auch immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Einbeinlagen mit deinen Auserwählen, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Beutegang und Heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung wegen der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deine Diener unsere Papst Franziskus, unsere Bischof Christoph und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösen. Erhöre, nütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich, unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen, lass auf uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gange. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott dein mächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Heiligkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. So wollen wir gemeinsam beten, wie der Herr muss zu beten, wie wir. Vater, um sein Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich kommen, dein Wille geschehen, wie im Himmel sorgt werden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Hier auch wir vergeben unsere Entschuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern und erlöse uns Gott den Bösen, denn leidest das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Frieden, der Säme, sei alle Zeit mit euch. Und nun mit deinem Geist, den wir an anderen Zeiten des Friedens und der Versöhnung. Hier ist das wahre Gottes Land, das für uns starb am Kreis des Stamm. Es nimmt den Weg der Sünden Schuld und schenkt uns wieder Gottes Wohl. Und so seht, das Land Gottes, das entdeckt, die Sünde der Welt. Herr, Herr, ich bin nicht willig, dass du ein Gäst und ein Gag, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Herr, Herr, ich bin nicht willig, dass du ein Gäst und 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 ein Gäst. Der Leib Christi. 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 Vielen Dank. Zum Dank lesen, singen wir die Nummer 830. Der Heiland ist erstanden, befreit von Todes verstanden. Der Heils ein nahes Osterland für uns den Tod zu leiden kam. Halleluja! Nun ist der Mensch gerettet und Satan angekältet. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Der Stein ist weg, aber das Grabe ist leer. Halleluja! 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 Wie du vom Tod erstanden bist, lass uns erstehen, Herr Jesu Christ. Halleluja! 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 Im Heiligen Sakrament haben wir den Leid und das Blut deines Sohnes empfangen. Lass diese wüsterliche Gabe in uns weiter wirken und fruchtbar sein. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Am Montag 16. Rosenkranz, am Dienstag um 17. Heilige Messe, anschließend Anbietung und Begelegenheit, Mittwoch um 8 Uhr Morgenloh, Donnerstag 17. Heilige Messe, Samstag 17.30 Uhr Heilige Messe und Sonntag, dritter Sonntag der Osterzeit, 10.15 Uhr Heilige Messe. Bei der Sammlung für die Kirchenheizung kamen großartige 1.288 Euro zusammen. Der Kerzenverkauf erzielte einen Betrag von 194,29 und für die Aktion Lebenslicht konnten 888,61 gesammelt werden. Herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Die Pfarrgemeinderäte und Vorsitzende finden am Mittwoch um 19.04 Uhr und 19.30 Uhr statt. Genau, dafür kann der Pfarrgemeinderat und der Vermögensverwaltungsrat auf jeden Fall auch das Gebet der ganzen Gemeinde brauchen, dass wir da wieder einen guten Blick in die Zukunft tun. Und wir bereiten auch schon in den nächsten Tagen wieder diese besondere Messe, die Fernsehmesse im Uniform, das Pfarrfest und so weiter. Also es geht voran und ab Montag wird auch gebaut. Da kriegen wir nämlich eine Photovoltaikanlage, also mit Strecken. Da wird wieder geschraubt und gearbeitet im Auftrag des Herrn, dass wir noch ein bisschen mehr auf seine Umwelt achten. So wünsche ich uns allen, dass wir in dieser Woche es gut schaffen, im Gebet zu sein und dem lieben Gott auch öfters mal sagen, dass wir ihn großartig finden, dem wir zu ihm sagen, mein Herr und mein Gott. Dass uns das gut gelingt, dafür bitten wir Gottes Segen. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinen Geistern. Der allmächtige Gott hat uns durch die Auferstehung seines Sohnes aus Sünde und Tod befreit. Er segne euch und schenke euch seine Freude. Amen. Und Christus, mit dem wir auferstanden sind durch den Glauben, bewahre in euch die Gabe der Erlösung. Amen. Gott hat uns in der Taufe angenommen als Kinder seiner Gnade. Er schenke euch das verheißene Erbe. Amen. Das gebe ich euch den Heiligen Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geh er hin in Frieden, Halleluja, Halleluja. Alleluja, Halleluja, Halleluja.